Come on! I wanna see finally more, you bitch! Wir sind mal gerade zu einem anderen Abend willkommen an der Feuernwoche und den Klub aus mir, der Kuhlitz aus mir, der Graushof, um gerne aufzurichten, einen anderen Sonntag, einen verkehrten Sonntag, und ich glaube, für dich sollte es gelernen, dass er zusammen zu mir nicht kommt, am Kuhlisch nicht zufrieden. Und wir sind das Ding heute Abend, Dave und ich, UFC Rondheim Champions. Wir rocken die Bude gleich, Du kannst hier délimitieren! Ja Ja ja! Hallo, hier steht ein Shortline von H3. Wünschen Sie sich das Beste aus Pop und Rock. Bitte sprechen Sie laut und deutlich. Nennen Sie Ihren Namen, Ihren Wunschtitel und wer Sie damit grüßen möchte. Vielen Dank für Ihren Anruf. Sprechen Sie jetzt nach dem Zeichton. Ja, hier ist der Sven aus Gießen. Ich würde gerne mit dem Song von Eternal Tango, The Golden City, meine Freundin, die Hannelore grüßen. Die wird morgen 17 Jahre alt. Ich bin jetzt durchsinnig gescheit, komme ich hier nach vorne. Es ist eine Wart zu schön, Mr. Manns Blatt. Heißt du mal, ob du nie führst in der Mann, Bursch? Ich bin eben schwer, als ich den Weg beobachtet habe. Für die Kultur. Ja, wir haben uns halt Feuer gemacht, falls sie auch gekriegt sind. Ja. Ja, wir haben uns das. Es ist wunderschön, nein. Ich finde sie alle gut ein bisschen zwängen, für den Mann da rumzukommen. Ich gucke eigentlich mal nur die Aussicht. Das ist mein Mann, der auch definitiv da wäre. Ich habe schon gerade geschnofen. Wir sind heute mal im Mega-Bereich gesteckt. Und wir sind in der WM München. Weil die Druckantenne Bayern. Und dann spielen wir eine kleine Kanzel am Backstage. Hallo, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Film und Gell. Das Zwischenziel ist zu München für bei Rock Antenne Bayern. Ich denke nicht, dass wir machen. So gut vier und große Kanzel haben wir zu München stattfinden. Das ist halt eher eine Fiktionsstadt. Es ist halt ein bisschen Konzeptalbum, was wir gemacht haben. Konzept insofern, dass das Ganze irgendwie den Leitfaden hat. Dass die ganzen Texte zusammengehören auf irgendeine Art und Weise. Und die ganze Story passiert halt in der goldenen Stadt. Hi, wir sind Eternal Tango und wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Genau, super. Supergut. Outro Outro